It's black and white Was geht ab Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil von der Pro Clubs Episode 6 Ja und damit geht es weiter mit den Störungen bei uns Also bitte, ich empfehle jedem, der dieses Video anguckt, keine Kopfhörer zu tragen Das ist schlimmer als beim letzten Mal Aber zumindest finden wir in dieser Folge den Fehler Also die letzten Spiele sind nicht so schlimm Erstmal wieder Shoutout an Simon, an Luca und an Nico Danke wie immer fürs Mitmachen Und dass ich das auch publizieren darf, dieses Video Und ja, dann ohne lange rumzufackeln Gehen wir einfach ein Video rein Lasst gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt Und gerne auch ein Abo, damit ihr nicht weitere Folgen verpasst Es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Pro Clubs Content Auch wenn die Saison jetzt fast dem Ende sich zuneigt Also beziehungsweise sich dem Ende zuneigt Genau und dann geht es rein ins Video Ey, ich hab auch gestern gegen einen gespielt Und den Namen Wadengeb Oh nooo, oh nooo Das war der erste, der erste mit Wadengeb Ich finde diese Namen irgendwie alles scheiße Aber wadengeb kann ich Weil das hab ich Hab ich nun Hab ich Ah, eigentlich zu Hause Zu Hause Nee, das zweite Aber Das zweite Es ist das zweite Das ist der Aloha-Pack Das war das mit der Flanke, höh Das hab ich nie gesehen Die ist ja fast stehen geblieben in der Luft Ich weiß nicht, was du Ah, es ist immer noch da Ah, was ist das Ah, 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 mein Ohr Es blutet Es blutet Das ist eigentlich eine Party Das kann nicht sein Oh, Junge Vielleicht ist es auch die Party Ja, ist sie drin Das war ja wirklich, also Ich glaube die andere Party ist ein bisschen gerade explodiert Oh, Junge Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Kann ich an der... Kann ich an der Party... Der ist drin Oh... Es war auch nicht... Das ist geil, was die Leute Das ist geil, was die Leute Das ist geil, was die Leute So schlecht Bei mir mit erwarteten Toren glaube ich noch nie Wirklich Wir haben eine 7-5 Aber jetzt Oh, ja Das war auch ein gutes Ding Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Das war aber auch schön herausgespielt Das muss man auch sagen Ja, das war gut Jetzt spiel mir nämlich erst ernst Pass auf Pass auf Pass auf Ey, der wäre, wenn der nicht dazwischen gewesen wäre, ich glaube der wäre sogar reingekommen Ich glaube sogar Der Mann macht gar nichts Kein Kreis Ja... Funktioniert Momentum, Momentum Wer kann sich nicht erinnern Das war bei FIFA 10, ey! Aber der geht da rein! Pablo Escrow! Und wegen solchen spielen sie mir die Beste! Das war ein wichtiger 3-1. Sind wir aufgestiegen? Bitte spinn in Level 11! Bitte spinn in Level 11! Ich bin noch ganz, ganz leid. Ganz, ganz weit weg davon. Ey! Das ist nicht... Ich sag mal so, wenn du... 1,9 Millionen Coins hattest, dann kann man den mal mitnehmen. Nehmer Flashback. 1,9 Millionen? Naja, ja klar, aber ich hatte sowieso 1,9 Millionen. Und hab dann einfach Varan und Nehmer gemacht. Also... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab... Varan komplett aus dem Verein gemacht. Ja, ich auch. Ja... Aua... Junge... Papa... Ey, was ist das für ein Name? Handspiel. Das war schon Handspiel, muss ich schon sagen. Neh... Positino! Neh... Und das ist 1,0. Neh... Neh... Hat er grad über den Ball getreten? Neh... Ey, das war das geilste Batsch mal. Ja... Hahaha... Das war so wild. Neh... Das war doch... Neh... Über den Ball getreten. Es ist immer noch... Es ist immer noch da. Entschuldigung, ich hör euch normal. Aber es ist... Ja, es... Oh! Oh! Es hört sich an, als wird da irgendjemand verreden. Oh! Mach was! Oh! Mach was! Ey, klasse! Oh! Oh! Pfff! Ich bin ja halt säckig nochmal. Haha... Höh... 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 Wo ist unsere Abwehr? Hat die Urlaub? Höh... Auflösung, ja. Ich auch nicht. Höh... 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 Alter, Hilfe! Ne... Hä, das sieht doch nicht als... Oh mein Gott! Warte mal... Haha... Ich schieße halt... Spudelt... Schreit dir mal... Der Diener, der wäre rein... Schieß! Hallo? Kannst du! Ja! Waaaiiii! Nein! Schade... Höh... Tja... Ganz, ganz anders... Ey, die Entladung geht weiter, Junge! Alter... Hahaha... Ganz, ganz anders... Was? Es lag an dir, Luca! Es lag an dir! Es lag an dir! Ich geh wieder raus! Was ist das? Simon, hörst du das Knacken auch? Ich geh wieder raus! Ja? Ja? Ja... Ja... Das war abgag... So... Aaaaaah! Pfff... Aaaaaah! 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 Zu mir, ne... Der zweite Ball... Haaaaah! 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 Ein Mammel... Oh mein Gott! Haaa! 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 Oh mein Gott! Haaa! Woah! Was... Was?! Was?! Du... Was?! Du... Wurde Meels weggefleckt... Es war... Es war niss? Oh... Egal, egal, egal... Schieß! 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 Nein! Reiter! Ach... Schieß einfach! das passiert der Keckel ja so gut von hinten reingelaufen 9 schade schade level 11 level 11 2 skillpunkte 2 2 für das für dein 3 2 2 2 2 ich brauche 13.000 punkte für den 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 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 6 5 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 4 5 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 6 ja jetzt wie vor der Platte wo er gefragt wird wie Leitner McQueen Mark wie heißt das berufbar Mark man soll keine man soll keine Derbys abends machen weil das weil die soll was Quentin was ein Scheiß-Dame Quentin was ein Scheiß-Dame da war Thorsten ja besser Petition lasst es Petition klappen bitte benennen Sie den Punkt Thorsten ich wende ihn, gefällt mir nicht Mann so Fokus auf Schwer wenn der irgendwann Luca Junior auf der Welt rumhüpft heißt der Scheiß-Punkt Thorsten ist nicht das hat der Papa gemacht deshalb weiß der Punkt jetzt geworden ich höre Quentin Luka Junior ich fand Quentin aber besser Fick-Ticket möchte er noch mal anrufen Deal-Wip-It doch nicht mehr Thorsten was? was? Jasper der kommt gut 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 neiii Nein Du bist so ein Chancetot mann das war ein Foul nein ja ja ich weißівer redor Ah, nein! Ah, Siri! Ah, Siri! Ah, Siri! Ne, 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 ne! Meine Ansage ist Quentin! Thorsten, Thorsten! Thorsten, Thorsten! Thorsten, Dürrnberg! Kemmer, deine Nummer! Äh, Mehmet! Nein! Kann man schon halten, muss man sagen! Der Männerdutz! Der Männerdutz! Der Männerdutz! Guter Pass! Gut! Oh, rot! Wieder diese Villanova! Ja, schon wieder! Was geschieht! Shiba, Shiba, Shiba! Julian, Julian, Julian! Mann! Spiel doch hoch! Was? Entstehen dir, Mann! Das ist doch einmal was! Simon! Simon! Nein! Ne, Mann! Oh, Junge, wo köpft der denn immer hin? Der ist blind auf beiden Augen! Ich will das gut auf beiden Augen, oder? Die Kretsch hat sich null gelohnt, hätte ich den einfach durchrennen lassen! wäre das Spiel von zwei Minuten schon entschieden gewesen! Ja, ist nicht unbedingt vorbei! Aber haben wir nicht schon mal gegen die Spiel? Irgendwie sagt mir, Ahne, Moe sagt mir irgendwas! Nee, jetzt nicht! Boah, es gibt was ist was, der V einfach auf YouTube! Natürlich! Wend hin! Was war denn der? Hatten die ein Intro? Ja, ich glaube! Ja, das war eine Frage! Ja, doch, der hat so gefußt! Ja, doch, der hat so gefußt! Oh, bitte schneid es alles rein! Der Anfang kommt immer ins Video, also! Oh, irgendwie... Oh! Oh! Das Licht angemacht worden ist! Ja, Junge, Junge! Oh! 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 Ja bitte! Oh! Oh ja, schön! Nico! Nein! Was? Tanja! Es hat ein Punkt! Ja! Das war os! Ok! Denn wir werden extra runterdrehen müssen, Mann! Was denn das??? Wo kriegen wir das denn nicht hin, wenn es die technischen Probleme gibt? die technischen probleme und dann ist das mikro auch noch kaputt ja aber er hat nicht gelacht ich fand er sehr lustig und ich möchte bitte dass ihr lacht er hat wirklich gut er geht doch weg es ist er hat sich die erste die hier die jüngste ich kann machen hier dabei nichts zu machen ich habe da auch er hat er hat sie gesehen er hat erettet die wir mir muss auch ein ball behaupten der Kindergarten oder was ich meine Ecke nicht meine Ecke ich werde mir jetzt nicht aufsteigen können wir die Folge eigentlich komplett rausschneiden aber wir steigen ja ja der hat das Tor gefunden der hat's Tor gefunden er hat das Tor gefunden ich mag die wichtigen Tore die wichtigen Tore mache ich ist der Dosenöffner ist das geht's ja frag noch ein hinterfrag noch einmal meine Methoden der Dosenöffner was ich hab's gerade wirklich nicht verstanden weg die haben wir jetzt so gut so gut du lief dem all behind du bist der Beste rechts raus ist so schön den hab ich bei der Pfoste was ist das egal ich hab nichts gesagt da hab ich mich reingeschmissen oh Gott das ist der Ausstieg das spüre ich wofür ist Leon eigentlich nach Hamburg gefahren Hamburg ich hab's nicht mal gewusst der Mann hat nur das Netz geschickt wie er im Fitnessstudio ist ich kenne König der Löwen König der Löwen gibt's da dann gibt's da glaube ich was gibt's da noch ich glaub ja das Wunder von gern ich weiß nicht ob es das Phantom der Oper noch gibt in Hamburg gibt's so viel Hamburg ist die Musicalstadt in Deutschland Hamburg oh jetzt reicht's bitte dem all behind Vargas oh ja oh ja wenn du die nicht machst bist du abgestoßen leave them all behind leave them all behind ooooh du hast es nicht reingemacht du bist abgestoßen ich leg nämlich ich leg nämlich das Parkett pfff ne die schon als Schreiner es war ein taktisches Foul ich wollte den Rückraum die Leute raus ja taktisch kann man eine rote mitnehmen ja ist egal die rote nimmt mal mit die Lerner die Lerner die Lerner die Lerner die Lerner absolut der Ramos weg weg der Pult und die Lauf lauuf ich hab keine Power ich hab keine Power Basta oh was macht das zufällig egal 4-3 hat sich gesichert Gott ist wundlich Titel Titel sind wichtig ist jetzt auch irgendwo mein Anspruch den Titel zu holen grundsätzlich wurde noch nicht festgelegt aber ja ja das sind die Spielmaschinen wir gucken morgen auf den neutralen Boden die letzten Ergebnisse waren bei mir nicht positiv aber bei Luca auch nicht bei mir auch nicht aber es sieht trotzdem aus wenn wir bei dir geguckt haben haben wir gegen Bayern gewonnen ja weißt du auch warum ja guck weil ich der Beste bin hat Armin-Judis ein Traumtor nochmal Armin-Judis weil ich da komplett souverän zu Burger King gefahren bin Armin-Judis 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 das war der größte Disrespect den ich in meinem Leben jemals gesagt ich zieh die Abwehr auseinander oh ja ich L1-R1 machen muss Henry oh mein Gott was ein Tor da noch einmal was da noch einmal was da noch einmal was ja war kacke wo sind die Hater ich war da frei ein blindes Hund findet auch mal ein Korn ja da im Glück hab ich 6 Hühner die finden 6 Körner Junge 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 oh fliegt er oh mein Gott was für ein Belly-Tor ja ich hätte eine große Hühner gekriegt ja der Stolper er ist fast ein vollgestolper mein Spieler und wie wieder wieder hab ich den Dosen öffnet wie in meinem ersten Tor hier von dem Spielervor achso er höchste höchste aus der Nähe vom Jumper ist da wieder Kritik ja ist ja ich habe ich antizipiert da musst du halt auch erst mal stehen da warte ich schon bis dann störe ich bin der Dren ich bin ich bin übernehmen die Aufgabe und das ist so ein gutes Tor wirklich also der ab der Spieler hat perfekt gepasst wirklich absolut traurig auf wen auf wen na gut was ist das denn nein ja muss man auch mal geben bitte doch nicht schießen das will man da ja packen oh 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 bitte jetzt das Ohr einspülen was warst du auf gutes Wetter was warst du auf gutes Wetter was warst du auf gutes Wetter oh Gott den hätte ich auch nicht schlechter schießen können 5 Elf Meter ahhh In mit einem Loch drin Ich werde hier nicht eingesetzt Ich brauche die Bälle ich brauche 3 Mal die Battlegrounds bekommen uns verloren Ich brauche Futter Gott Quats im Spiel gegen Gott Oh Gott. Liegen sie außen. Pass auf, ich glaub's da keiner sitzt. Ich bin doch in der Leichte mehr. Das ist es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. War's schön. Damit ist ja der Titel eingefügelt. Ich sag mal, wir brauchen den Druck. Überall. Und alle so, was? Oh. Seit wann kann der Toi Tabelle halten? Da bin ich. Field Goal. Der Mann ist so im Loch. Ich mach nur eins. Na Mann, Lieben. Komm, wir arbeiten jetzt auf Simon. Alle für Simon. Wir arbeiten jetzt auf Simon. Abseits. Alle Bälle gehen jetzt auf Simon. Ich will nicht mehr. Bälle hochgehoben. Und direkt auf Simon. Abseits. Abseits. Die kriegen noch ein Ding. Halt mal auf, den fangen wir ab. Den haben wir. Und vor. Ja. Aber man geht so taktisch und dann kommen wir jetzt hier. Und vor, Simon. Wo ist Simon? Ist ja auch geil. Schick. Ja, ja. Jetzt rüber. Simon ist doch frei. Simon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja. So gut gemacht. Und jetzt geh ich mit der Roten raus. Ach, schade. 5-0. Kann man mal gewinnen. Hä? Das war ein Spottig. Ja. Ja. Sie schämen. Ja. Ja. Mahfraim. Dünn. 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 Wiiiiiii. We keep on fighting. Dünn. 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 Acht Chor 7. Die hatte ich auch. Und ich werd hier nicht wieder gespielt. Weiss. Hehehe. Kannst du auch zwei Tore und nur eine Vorlage? Nee! HerrSlan. Ja. Ich habe zwei Tore gemacht. Hast du eine Vorlage? Glaub ich. Ja. Ich hab sogar eine 8kких removes. Sade. Sade. Ist doch ein Büsch ist. Da ist das Ding. Für 3 Sekunden. Für 3 Sekunden. Yay. Ganz kurz hochgehalten. Untertitelung des ZDF, 2020